Eine Sache, nicht gewachsen sein. Bir şeyin üstesinden gelmemek, bir şey uygun olmamak. Eine Arbeitskollegin hat ein Problem mit mir. Bir iş arkadaşımın, benimle sorunu var. Scheinbar kann ich ihr nichts recht machen. Görünüse göre, ona hiçbir şey beğendiremiyorum. Ich weiß nicht, ob ich mit ihr das Gespräch suchen sollte. Onunla konuşmanın yolunu bulmalı mıyım? Bilmiyorum. Was, wenn ich eine Diskussion nicht gewachsen bin? Ja, bir tartışmanın üstesinden gelemezsem? Altyazı M.K.